Willkommen zu einer neuen Folge der Computertipps News. Heute mal nur mit einem Thema, quasi eine Special-Folge, weil dieses Thema jetzt alle möglichen Social-Media-Plattformen beherrschte. Das ist das Thema Hashtag-Freiheit bzw. Ungespielt und seine YouTube-Kanäle. Simon aka Ungespielt bzw. Ungefilmt hat nämlich in einem Video angekündigt, dass er seine zwei Kanäle löschen wird bzw. nicht mehr weiter betreiben wird und einen neuen aufmachen wird und damit quasi von Null wieder starten wird bzw. von unten wieder alles aufbauen werden muss. Was ist Grund für das nicht mehr Weiterbetreiben der Kanäle? Das ist laut ihm der Streit zwischen ihm, der Rechtsstreit zwischen ihm und Mediakraft. Denn in letzter Zeit war er sehr unzufrieden mit Mediakraft. Das lag unter anderem daran, so sagt das im Video, dass er zum Beispiel bei der Longboard-Tour wenig Unterstützung bekommen hat. Erst als er selbst einen Sponsor hatte, hat Mediakraft ihm einen gesucht und dann hat er das Geld irgendwie noch nicht mehr erhalten oder sowas. Also sehr dubios und da ist es verständlich, dass er da nicht mehr so Lust auf das Netzwerk hat. Wollte also rausgehen, allerdings steht dem anscheinend die Mindestvertragslaufzeit im Wege. Jedenfalls ist das ein richtig großer Rechtsstreit unter den Anwälten von dem Unternehmen Mediakraft und eben ihm selbst. Und Mediakraft hat netterweise schon angekündigt, so sagt das, dass er in die private Insolvenz getrieben wird von dem Unternehmen oder werden kann, wenn das sich zu lang hinsieht. Ja, das sind natürlich nette Aussichten. Nach diesem Video ging das richtig los auf allen Netzwerken. Ihr habt sicherlich mitbekommen, vielleicht habt ihr euch auch daran beteiligt. Da ging das Bashing los, da wurde gegen Mediakraft gehetzt, gegen Mitarbeiter persönlich und natürlich auch gegen alle möglichen Partner. Es gab ein neues Credo. Wer was mit Mediakraft zu tun hat, der ist schlecht. Ja, ich lasse das jetzt mal noch unkommentiert. Mediakraft hat sich daraufhin auch am Abend geäußert, am Sonntagabend, hat eine Stellungnahme veröffentlicht und in der steht das, oder in der versucht so ein bisschen, dass alle Bögen so ein bisschen wieder zu glätten. Darin schreibt Spartacus Olsen, das ist der CEO von Mediakraft, dass Mediakraft nicht ganz unbeteiligt am Erfolg des Kanals, beziehungsweise der Kanäle von Simon war. Und dass es wohl eine Absprache gab bezüglich der Werbeplätze auf dem Kanal und dass sich Simon daran nicht gehalten hat. Und deswegen gab es diesen Rechtsstreit und man müsste das irgendwie und bla bla bla. Das könnt ihr alles nachlesen. Die wurde überall veröffentlicht. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Interessant ist eben, dass da wenig auf das Gesamtkonstrukt eingegangen wird, beziehungsweise wenig auf die Kritikpunkte von Simon allgemein, sondern eben nur sehr oberflächlich alles behandelt wird. Und man sagt dann halt noch so floskelnhaft, dass man eben sehr darauf bedacht ist, immer den Support und alles, alle Services für die Partner zu verbessern. Ja, das ist also die Stellungnahme, das ist das Video. Zwei Seiten, zwei Meinungen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, sagt man ja so schön. Und das ist auch hier wieder der Fall. Jetzt ist es natürlich sehr schwierig zu bewerten. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr komisch fand und wovon sich der Simon auch distanziert hat im Nachhinein in einem Kurzinterview auf Broadmark, das ich euch auch nochmal unten verlinken werde, dass eben diese Hetzjagd losging, dass man überall, also dass man erstmal einen Rundumschlag gemacht hat und alles, was mit Medialkraft irgendwie im Fernsten zu tun hat, verteufelt hat. Also da ist, da hat er sich anscheinend nicht ganz, nicht klar genug in dem Video ausgedrückt oder die Fans haben es absichtlich falsch verstanden. Jedenfalls, das ist schon mal ein großer Kritikpunkt. Und ich finde, wir sollten in den Kommentaren einfach mal ein bisschen drüber diskutieren, was ist jetzt eigentlich da, wie seht ihr das, wie ist eure Meinung dazu, würde mich einfach mal richtig interessieren. Also ihr seht, ich habe da so eine etwas distanziertere Meinung. Nichtsdestotrotz habe ich riesen Respekt davor, dass man einfach mal so ein Megakanal, zwei Megakanäle mit insgesamt über zwei Millionen Abos einfach mal so weggibt und das Risiko eingeht, einen neuen zu eröffnen. Und ich finde es auch, ich finde es, ich habe absoluten Respekt davor, dass man das nur deswegen macht, weil man eben nichts mehr an Medialkraft abgeben will. Übrigens, Medialkraft Talents, das wurde jetzt in den letzten paar Tagen beziehungsweise in den letzten Stunden auch sehr kritisiert und viele haben gefragt, soll ich da jetzt rausgehen oder was mache ich jetzt und so. Also ich glaube, also von dem, was ich von Medialkraft Talents gehört habe, ist das gar nicht so schlecht. Da kann halt jeder rein. Wenn man klein ist, dann bekommt man schneller sein Geld. Man muss nichts abgeben. Man hat ein Forum, man hat sogar schlechten, aber man hat ihn, Partnersupport. Das einzige Problem ist eben, dass man eine Mindestvertragslaufzeit hat. Da sollte man sich eben drum kümmern beziehungsweise sollte sich überlegen, ob man das machen will oder nicht. So, jetzt aber ihr, was sagt ihr zu dem ganzen Vorfall? Hängt es euch jetzt auch schon zum Hals raus vielleicht? Schreibt es doch mal unten in den Kommentaren. Die regulären News werden natürlich auch kommen. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.